Ja, die hatten wir schon. Entschuldigung. Wir müssen noch mal kurz gucken. Wir haben Wirted Shuttle Coaster. Ist gesperrt. Wir können noch eine eigene bauen, aber das... Ich kann das nicht so. Das wird scheiße. Wenn ich das so sagen darf. Mindestlänge passt. Ach, das ist die, die wir bauen wollten. Wollen wir uns wieder Geld leihen? Dann werden wir wieder den Park nicht schaffen, aber... Hm. Ach, Leute, wisst ihr was? Erstmal einen Eintrittspreis auf zwei. Und wir leihen uns mal... Darlehen, haben wir uns schon 5000 geliehen? Hä? Hatten wir schon Geld? Oder, ey, die erfordern... Warte, wir müssen ganz schnell die Bahn bauen, damit wir auch wieder nicht, dass wir das Geld gleich verlieren, oder sowas. Das ist doch die hier, ne? Ja, die bauen wir jetzt. Es lädt. Moment. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. So. Die würde ich sagen... Scheiße. Müssen wir irgendwo tief bauen, dann kostet es am wenigsten. Geil, oder? Wenn man diese dreht, kann man die hier irgendwo hinstellen? Beziehungsweise... Guck mal, wenn ich es höher mache, kostet das pro höher... Dings sind da schon 1000 mehr und so. Oh, ich muss mal voll husten. Ah, tut mir leid. Ich versuch's zu unterdrücken, aber es geht nicht mehr... Oh, lange. Okay, Leute. Sie haben eine Ausrechnung gehalten. Ja, und zwar, dass ich die Bahn nicht bauen kann, bitte ich. Aufzug 2 wurde repariert, sehr schön. Leute, was soll ich denn machen? Ich kann die nur nichts hinbauen. Oh, Mann. Wartet ihr... Ne, Mann, Mann, nicht. Wir kümmern uns erstmal um was anderes, und zwar darum, dass wir... Irgendwie... 20.000 Verkehrswert vollkriegen, ne? Wie viel haben wir denn? 16.000. Okay. Müssen wir noch was bauen. Ja, am besten eine Achterbahn. Aber warte, wir brauchen noch eine Wasserbahn mit einer Länge von 600, ungefähr. Rotor wurde gerade neu dazugekommen. Das ist regent. Was ist denn das? Geil. Kannte ich gar nicht. 10.000, Alter. Oh. Mindestlänge... Ne. Wir brauchen... Moment. Wasserrutsche muss 590 lang sein. Und die hier ist 470. Okay. Moment. Machen wir wieder ein... Ne, eine Wasserrutsche, normale Wasserrutsche. Kostet 2000, ist lang genug. Perfekt, oder? Wir gucken... Das erste ist perfekt. Das zweite kostet 900. Oh, geil. Und ist auch lang genug. Oder? Warte. Wie viel brauchen wir? 590 oder 490? 590 ist nicht lang genug, also. Die dritte kostet 2000, ist lang genug. Die hier ist auch lang genug, kostet 1600. Die letzte ist zu kurz, okay. Aber die sieht geil aus, oder? Machen wir mal die hier. Ne, warte. Die hier. Ist billiger. Das heißt, die kommt jetzt so hin, dass... Wollen wir das Waschbecken noch ein bisschen... Das Waschbecken, das Dings noch ein bisschen erweitern. Moment. Wir machen... Ähm, warte. Wo ist die Taste? Hier. 2000 kostet dich hier. Und das ist perfekt so, weil... Das seht ihr gleich. Moment. Hier kommt das Wasser hin. Da fliegen wir dann hin. Da müssen wir halt noch ein... Dings dran bauen. Achso, wir spulen die ganze Zeit gerade vor. Habe ich jetzt erst gemerkt. Tut mir leid. Ähm, wir machen mal so. Müsste reichen. Hoffe ich. Ich weiß nicht genau, ob. Ähm, ich gebe mal aus dem Menü raus. Ja. Wunderschön. Scheiße. Okay, dann machen wir es anders. Damit wir jetzt nicht nochmal alles abreißen müssen, reißen wir das ab. Den Liegestuhl. Und dafür hauen wir nochmal einfach... Ähm, Moment. Moment. So. Das geht ja, ne? Ja. Ähm, so. Jetzt brauchen wir noch einen Eingang. Der geht ganz leicht. Haben wir perfekt gebaut. Wenn wir einfach hier das teilnehmen. Und dann nach oben. Zack. Und schon ist es angeschlossen. Jetzt können wir es öffnen. Und wir fahren gleich mal in allen Sachen mit, die wir haben. Wie viel sind sie auf Bahn? 63. Okay, gehen die da hoch? Whiii! Und ich habe übrigens überlegt, ob ich Doppelfolgen raushaue. Denn, ähm, es wird ja auch oft angeklickt, finde ich, das Video. Und das finden viele geil. Finde ich auch schon mal nice. Aber ich muss halt mal gucken, wie ich hinterher komme wegen LC-Rändern. Und dann zwei Folgen-Rändern für Rollercoaster, ob ich das am Tag schaffe. Wir gehen mal hier rein. Ah, warte mal. Man kann hier auch Musik auswählen wieder. Machen wir mal eine jazzige Musik an. So Private Rider. Ne, Priori Rider. Ist hier Musik? Ne, ich auch nix. Okay, egal. Wir fahren jetzt hier krass mit. Uh, 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 uh. Oh, krass. Oh, ah. Die schreit mir voll ins Ohr. Geil. Oh, oh, oh. Die stehen aber Schlange. Und nach links und nach links und nach links. Es wird spannend, Leute. Und was passiert gleich? Was passiert wohl gleich am Ende des... Wir haben Anfängerleute bestanden. Ja. Batsch. Also ich muss sagen, der Aus... Kleinmenge Geld, warte mal. Der Ausgang war ziemlich geil. Beziehungsweise der Ausgang war halt perfekt. Die fliegt nicht bis am Rand. Und das ist halt gut so. Das halt... Oh, Mensch, das hakt. Entschuldigung. Ähm, gesamte monatliche Bahneinnahmen 700. Müssen wir mal einen Monat abwarten, ob wir das hinkriegen. Und Mindestverkehrswert 40.000. Ähm, wird schwer. Aber wie gesagt, ich höre in 12 Minuten eh auf. Ähm, dann speichere ich das Level und wir machen es später nochmal weiter. Und das, ja. Ich muss halt... Ich glaube nicht... Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum ich aufhöre. Das ist privat. Und wir machen mal hier ein bisschen teurer. Geht nicht, schade. Dann machen wir einfach den Eintritt für die Bahn teurer. Äh, für Schwimmbad teurer. 1,30. Geplanter Gewinn, 732 pro Stunde. Gesamtgewinn 510. Ist das gut? Wenn wir im Monat 700 Gewinn machen müssen, ist es bestimmt gut. Würde ich jetzt mal sagen. Also unser Problem ist noch, wir brauchen eine Bahn, die 6.000 lang ist. Dann haben wir eigentlich alles geschafft. Wie war die nochmal? Die war so teuer. Ja. Wir leihen uns nochmal bis 10.000. Ähm, kann ich nicht. Okay, wir können uns nichts mehr leihen. Schön. Unglaublich. Das heißt, ich kann auch nicht... Oh, ich kann das Land wieder anmalen. Hier so mit irgendwelchen braunen Flecken. Geht doch nicht. Ah, doch da. Ja, wunderschön hast du das gemacht, Paul. Nein, wir machen da Wiesen draus. So. Wiesenlandschaft. Attraktion Laser Shuttle. Ey, das da hinten gehört auch noch uns. Was ich färben kann, ist unseres. Geil. Macht Spaß. So. Muss mir erstmal einer nachmachen, du. Jetzt gehen wir erstmal hier mit. Ähm, mit. Oh, oh. Jetzt die nächsten. Da hinten in diesen Weltraum Shuttle gehen wir aber schon auch noch. So, da kamen sie. Und jetzt geht's los. Achso, ich... Ähm, warte mal ganz kurz. Ich spule ja mal drei. Entschuldigung. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh, oh, oh. Au. Oh. Oh. Na ja. Ach komm, das geht besser. Haben wir uns was anderes vorgestellt. Alter. Entschuldigung. Und wir fahren mal hier mit. Ja, ich dachte, wir sitzen drin. Ist ja mies. Ähm, okay. Es hat gerade aufgehört. Und da gehen sie jetzt wieder raus. Schade. Haben wir die monatlichen Bahn-Einnahmen geschafft. Müssen wir mal gucken. Kann man irgendwo gucken, wie viel man im Monat einnimmt. Monatliche Bahn-Einnahmen. Gibt's hier bestimmt irgendwo. Wo? Ja. Im Gesamt. Unten steht irgendwas. September 1000 oder sowas. Aber das kann man nicht vom Bahn... Ach, ich keine Ahnung. Was ist denn das hier? Einnahmen. Ähm... Ah, Einnahmen, äh... Gehen wieder zurück. Hm. Schade. Eileron. Okay, dann bauen wir mal was Neues. Zum Beispiel die Weltraumringe. Wir müssen ja eh unseren Verkehrswert höher bringen. Und wenn wir nur den Silberhelm kriegen, bin ich auch zufrieden. Hauptsache, wir haben was. In der einen haben wir ja nur den Bronzehelm. Und das ist ja auch... Schon besser als nix. Muss ich jetzt mal sagen, oder? Also hier machen wir wieder ein bisschen teurer. 10 Cent. Und da gehen jetzt wieder welche rein. Somit kriegen wir mehr Besucher. Somit kaufen viel mehr Leute was. Und wir bauen mal einen Eileron. Sowas ähnliches. Wie ein Kettenkarussell, würde ich mal sagen. Wo ist denn am billigsten? Da unten. 530. Hm. Wollen wir aber machen? Das hier unten hinbauen? Ja, machen wir einfach mal. Bauen wir einen Weg da hoch. Haben die... Dann tun wir die Zuschauer ein bisschen weiter weg. Das ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise die Leute, die kommen, die gehen dann halt ein bisschen weiter. Und die sind nicht nur da oben auf einem Fleck. Und so muss das auch sein. Aber hier kommen wir nicht hoch. Okay, Moment.